Mein Name ist Sabine Karle-Weiler, ich bin die Inhaberin des Modehauses Sänger hier in Rastatt am Fuße des Schwarzwaldes hier im badischen Ländle. Seit über 40 Jahren ist das Modehaus Sänger die Adresse hier in der Region für trendige Damenmode und exklusive Modeberatung. Bei mir und meinen beiden Modeberaterinnen finden die Kundinnen ehrliche und kompetente Beratung und was ganz wichtig ist, hochwertige, mit viel Liebe eingekaufte Mode. Unsere Kundinnen vertrauen uns und dafür sind wir sehr dankbar. Bei uns steht die Kundin auf jeden Fall mit ihren Wünschen immer im Mittelpunkt.